Hey, ihr Lieben, ich hoffe ihr hattet einen wunderschönen Tag. Wir machen heute Big Brushing, weil sich das wirklich so viele gewünscht haben und ich hätte das wirklich nicht gedacht. Ich mag Big Brushing ja auch, aber ich dachte, ihr mögt mehr so kreativere Videos. Ich wohnen, ich hab nen Kaugummi drin, das werde ich gleich bestimmt rausnehmen. Auf jeden Fall haben sich das wirklich so viele gewünscht. Weswegen wir das heute machen. Ich hab hier einmal alle meine kleinen Pinsel. Und ich entschuldige mich vorab, die sind nicht gewaschen. Und wir haben noch die großen Pinsel. Und dann können wir das Grüße machen. und wir direkt auch schon mit meinem Lieblingspencil. Das ist dieser hier. Der ist von Real Techniques. Der Blush Pencil ist das. Und wie der Name schon sagt, trage ich mit dem wirklich super kleine Blush auf. Wir machen das erste Mal mit den Pop Shots. Dieses Träne hier. So, jetzt ist es wenigstens gleich. Der Pencil ist wirklich besonders weich. Und auch nicht so fest. Was den Vorteil hat, dass Blush nicht direkt so doll aufgetragen wird. Sondern eher ein bisschen dezenter. So wie es sich auch gehört, wenn man sich komisch hat. Ja. Man möchte ja nicht direkt auf einmal zu viel Blush drauf haben. Deswegen ist dieser Pencil beim Make-It dabei. Den habe ich mir auch vor, ich glaube nicht allzu langer Zeit, vielleicht zwei Wochen erst gekauft. Ich hole direkt einen weiteren Pencil dazu. Auch einer meiner Lieblingspencil. Der ist von Ebelin. Und mit dem trage ich normalerweise auch gerne Blush auf oder Bronzer. Aber da ich jetzt diesen Namen benutze ich das für beides. Und mit dem Felt. Und mit dem, mit dem. Und mit dem, mit dem. Bites. Wir wechseln den fertigen Nägelspinsel aus und nehmen uns, nehmen uns vielleicht diesen hier, den ich absolut nie benutze. Das ist ein Konturpinsel auch von Ebelin. Und dieser Pinsel ist sehr steif und ist so ein bisschen abgeflacht. Nicht ein bisschen, sondern relativ viel abgeflacht. Der ist eigentlich dafür da, dass man vorher schon ein bisschen die Kontur dort ansetzt, wo man sie haben möchte. Und dann mit dem anderen Pinsel ausblendet. Aber ich konturiere nie, weil ich das an mir nicht mag. Und deswegen habe ich den Pinsel auch nicht wirklich verwendet. Aber man kann den auch gut dafür benutzen, um vielleicht unter der Kontur eine saubere Linie zu setzen. Aber natürlich kann man dafür auch einfach eine Beautyblende benutzen. Beautyblende ist sowieso wirklich ganz weit oben bei mir. Die benutze ich super gerne. Die benutze ich super gerne. Ich glaube, als nächstes nehme ich mir zwei kleinere Pinsel. Blöd nur, dass die ganzen kleinen Pinsel alle sehr dreckig sind. Ich muss die auch öfters waschen. Also das ist echt so eine schlechte Angefundenheit von mir, dass ich die wirklich so selten wasche. Außer meinen Beautyblender. Den wasche ich jedes Mal, wenn ich den benutze. Aber ansonsten vergesse ich das oft. Soll ich den benutzen? zu einem besten Hpt. Soll der determinant er gar nicht Element nicht wo ich kreis habe. Soll ich sagen. Soll ich dir das Gericht. Soll ich sagen. Soll ich mir das nicht anders, das Gericht. Soll ich mir beim Weinen. Soll ich mir das nicht so schnell. Soll ich dir das Analysis. Soll ich gerne, wenn das nicht sehr gerne, Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Den guten alten Kabuki Brush. Eintest. Ist dir ein bisschen weh, der Pony? Ich glaub den Halsmissen, die abgeschmeckt werden. Passt schon. Der ist wirklich sehr fest. Also den kann man am besten dafür benutzen, um Puder aufzutragen. Der ist wirklich sehr fest. Der ist wirklich sehr fest. Ich werde den Popschutz jetzt einmal abnehmen. So und ich weiß gar nicht, mit welchem Pinsel ich jetzt beginnen soll, weil das Mikro natürlich sehr sehr empfindlich und intensiv ist, wenn der Popschutz ab ist. Wir beginnen mal mit, mit einem weißen Pinsel. Pinsel. Von Dreader. Okay. Ich sehe ganz schön. Das ist einfach. Das ist einfach. Das ist einfach. Das ist einfach. wovon er eigentlich aussieht. Das ist so ein gelber Streifen. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ich vielleicht das Video ohne den Pop-Shot machen sollte. Ob euch das auch gefällt. Das ist so ein gelber Streifen. Okay, Pinsel wechseln und jetzt nehme ich, glaube ich, wieder diesen hier. Oder ich nehme den zwei relativ gleiche. Ich nehme den zwei relativ Appen. Ich hoffe, dass euch das gefällt. Ich bin auf meine Tee-Side. Ich bin auf meine Tee-Side. Und vielleicht nochmal die Rückseite. Ich bin auf meine Tee-Side. Ich bin auf meine Tee-Side. Der ist sehr fest. Den benutze ich, oder würde ich eigentlich nur dafür benutzen, um den Concealer unter und die Augen zu setzen. Ich bin auf meine Tee-Side. Ich kann mal gucken, aber ich bin gerade voll konzentriert. So, jetzt nehmen wir auch wieder einen anderen Pencil. Ich glaube, dass ich diese dafür sehr gut eignen werde. Ganz gut sauber geholt. Und den habe ich mal in Bulgarien gekauft und das war mein erster Make-Up-Pinzel. Und jetzt benutze ich so welche Pinsel ja gar nicht, weil das eigentlich auch eher nur dafür gedacht ist, um die Foundation aufzutragen. Weil das sonst einfach viel zu streifig wird, wenn man das nur damit verblendet. Also, wenn man das nur damit verblendet hat, wenn man das nur damit verblendet hat. Was ein Glück, dass es heute so leise ist, vor allem für so ein Video. Also, versuchen wir es doch einmal mit einem Pigment-Applicator. Das ist kein richtiger Pinsel mit Däherchen, sondern das ist aus Gummi. Warum benutze ich das eigentlich nie? Da weiß ich es voll gut, weil normale Pinsel können Glitzerpigmente nicht so gut aufnehmen. Und da mit so einem kann man richtig gut das Glitzer einmal so schön einfach abnehmen und auftragen, ohne dass dabei die Intensität verloren geht. Ich hoffe, dass sich das gut anhört. Ich hoffe, dass sich das gut anhört. Bezweifle ich das ein bisschen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Nacht oder Tag. Und bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 oot